Die Spitzberge Unseren Aufenthalt in Spitzbergen nützen wir, um uns einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Eine Schlittenfahrt mit Huskys. Nach der Einkleidung erfolgt eine kurze Einschulung, danach werden die Hunde vorgespannt. Um dieses Ereignis auch filmisch festhalten zu können, wechsle ich mich mit einem Crewmitglied als Fahrer ab. Die Hunde, ein Fahrer, ein Beifahrer. Oder zwei, je nachdem. Ja. Die Nummer 1 rule von dogkarting, die du niemals ever breitst, ist, dass du immer aufhörst und aufhörst und aufhörst. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020